Hallo, hier ist Ronja und ihr könnt mich nicht sehen, aber hier sind meine Arme und da ist die Izzy und wir sind heute in einem Klassenzimmer und müssen hier versuchen, aus der Schule auszubrechen. Wir haben hier perfekte Voraussetzungen, denn unser Lehrer ist hier fest am Schlafen und hinter ihm auf der Tante stehen. Nein! Wirre Regeln. Was soll denn das heißen? Nach richtige Regeln. Ich werde keine Mr. Pickle. Das scheint Mr. Pickle zu sein. Nein, ich werde nicht aus der Bestimmung wiedergeben. Ich werde keine Stinkbombe im Klassenraum ausstellen. Alles klar, ich werde keine Stinkbombe im Klassenraum ausstellen. Ich verspreche es. Ich habe eine Stinkbombe dabei. Nein! Oh, geht das? Oh mein Gott. Okay, okay, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Oh, da ist ein Lüftungsschacht. Perfekt. Dann nehme ich mal diesen Stuhl und schiebe ihn an den Lüftungsschacht. Geht das? Regeln? Was passiert hier? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Oh, ich glaube Regeln ist zurücksetzen, oder? Oh. Hoppala. Vielleicht kann ich hier den Tisch hinstellen. Können wir da drauf? Ist das hier eine wunderbare Rampe, die ich geschaffen habe? Ich denke schon. Hätte ich gesagt, ich glaube, es ist ziemlich schwer. Oh mein Gott. Hier ist irgendein Riesen-Lüftungsschacht-System. Wow. Okay, kein Problem. Ach, krass. Weil ich bin sowas wie ein Parcours-Experte. Oh, jetzt muss ich hier über das Ding balancieren. Und weiter. Und hoch. Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich spreche zu Puls, aber dann schaffe ich es doch noch rüber. Okay. Schneller als du. Okay, wir müssen uns beeilen. Nicht, dass Mr. Pickle aufwacht und uns jagt, okay? Jetzt, wo wir auf seinen Bauch sind gehüpft. Was ist das? Ist das ein Checkpoint? Oh. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Oh doch, das war gut. Äh, hoch. Hoch. Oh mein Gott. Ich habe höhere Angst, Izzy. Oh nein, guck nicht runter. Ich versuche es. Okay, hier geht es noch höher. Oh Mann. Und noch höher. Hier ist ein Faschelknopf. Vielleicht können wir ein Faschel benutzen. Oh, gute Idee, gute Idee. Äh, ich drücke. Hast du ihn schon gedrückt? Äh, ja. Ich drücke ihn mal. Oh. Hm? Was auch immer gerade passiert ist, mein Spiel hat sich kurz aufgehängt, aber jetzt funktioniert der Fahrstuhl. Also, what's it? Let's go. Komm hoch hier. Perfekt. Es geht so tief runter. Ah, guck nicht runter, Ronja. Jetzt müssen wir sich jetzt schon wieder balancieren. Nein. Oh no, 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 no. Alles gut. Ich bin nicht in Panik oder habe Angst. Nein, nein. Was für eine komische Schule, oder? Ja. Ach, das habe ich mir nicht zu angemeldet. Das habe ich mir nicht zu angemeldet. Oh, das aussieht. Okay, wir bauen hier, schätze ich mal wieder, eine schöne Treppe. Mit einem Block davor. Hier, zack, zack. Kommt man da schon hoch? Nee, ne? Äh, nee. Vielleicht mit der Euro-Palette. Warte mal. Hey, wie wäre es, wenn wir einfach die Leiter nehmen? Welche Leiter? Da ist eine Leiter. Oh. Ähm. Okay, keine schlechte Idee von einem Anfänger. Dann nehme ich wohl die Leiter. So. Oh oh. Vielleicht ist das hier ein Respawn-Knopf. Okay. Leiter. Ja. Zack, zack, zack. Oh, du bist ja gerade einfach so hochgejumpt und runnt. Ja, ich habe die Leiter da hingestellt. Die siehst du nicht. Ach so. Ah, man muss deine eigenen Sachen machen. Kannst du gerne gut benutzen. Müssen wir da runter? Ja. Okay, 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 okay. Es geht hier weiter bergab. Ich habe keine Angst und keine Panik. Mir geht es gut. Ich bin glücklich, hier aus der Schule auszubrechen. Ganz ehrlich, die Schule ist auch langweilig. Es macht nur Sinn, dass man irgendwann einfach sagt, man geht nach Hause. Klar. Lassen wir Schüler können aus dem Hauptausgang gehen. Aber wir aus irgendeinem Grund nicht. Wir müssen uns hier durch den Lüftung schafft. Oh, hier geht es. Vielleicht eigentlich raus. Ist das ein Hauptausgang? Das ist unser Klassenzimmer. Guck mal, wir haben es geschafft. Oh, okay, da schlägt Mr. Pickel noch. Okay. Warte, durch die rote Tür kommt man nicht durch. Nein! Nein, 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 nein. Nein? Der Lehrer. Wacht er auf? Oh nein. Er ist aufgewacht. Okay, 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 er rennt hier raus. Äh, äh, bist du rechts hier? Ah! Alles gut, äh, alles. Sorry Mr. Der rote Schlüssel. Wo ist der rote Schlüssel? Der liegt da. Ich sehe ihn nicht. Er liegt da. Nein, der hat mich. Oh no. Wow. Lass mich gehen. Okay, okay, okay. Ähm, ich bin, ich bin wieder im Gang. Du musst den roten Schlüssel finden, Ronja. Rote Schlüssel. Ach, hier ist er, da hängt er. Okay. Gut. Jetzt mit dem roten Schlüssel kann ich hier vielleicht... Oh, da ist er wieder. Lehre entkommen. Bist du links lang? Gym, Wissenschaft? Ich habe keine Ahnung. Hier ist der Ausgang, ja. Okay, okay, okay. Du musst den Ausgang kommen. Schnell, 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 schnell. Ja, Gott sei Dank. Oh, Ronja. Was? Das war knapp. Das war sauknapp. Okay. Aber kein Ding. Wortunterricht. Nein. Wir rennen hier weiter hoch. Was war dein Lieblingsfach bisher in der Schule? Äh, Biologie. Was war deins? Wirklich? Ja. Mein Lieblingsfach ist Mathe. Ah. Ja. Ich war liebe Mathe. Sportunterricht fand ich nie so gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es haben viele gesagt, aber ich war kein talentierter Ballspieler und wir hatten super viel Basketball, Volleyball, irgendeinen anderen Ball und ich habe ein bisschen Angst, die Bälle ins Gesicht zu kriegen, deswegen. Oh nein. Ich habe mir dann bei Volleyball einen kleinen Finger gebrochen und musste zum Glück nicht mehr mitmachen. Oh nein, du Arme. Also meine Angst ist berechtigt, okay? Oh, hier sind so Sandsäcke. Okay. Ich warte, bis es rüber geht. Das ist richtig cool. Oh mein Gott, eine Seilbahn. Nein. Wieso? Oh, Seilbahn. Warum lässt du mich im Stich? Oh mein Gott. Oh, ich will nicht nach unten gucken. Und das nächste große. Okay, honestly, das ist ganz fun. Hier mit den Sprungfedern. Klar, die Höhenangst ist natürlich stark in mir, aber es läuft bisher ganz gut. Mr. Pickle hat mich zwar einmal erwischt, aber ich könnte mich dann wieder rausstehlen. Man muss sich seine Angst stellen. Ich stelle mich meiner Angst. Hier ist ein Ball. Ballsport. Ich brauche den Ball für... Oh nein. Ballsport. Oder muss sie da rein? Ich bin durch. Ciao. Du bist durch? Ja. Aha. Das freut mich für dich. Okay. Äh, kein Ding. Ja. Okay, 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 okay. Niek wie der Bälle. Aber pass auf. Mr. Pickle. Mr. Pickle fährt da auf seinem Segway? Durch die Gegend. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich verstecke mich. Bitte fahr wieder vorbei. Ist der Pickle? Nein, er kommt zu mir. Geh weg, geh weg. Ich gucke nicht nach hinten. Ich gucke nicht nach hinten. Ich habe keine Ahnung, wie dicht der hinter mir ist. Und ich will es auch ganz ehrlich nicht wissen. Ich muss irgendwie in die Cafeteria kommen. Nee, zum Mädchen-Klo. Alles klar. Da darf er nicht rein. Das macht Sinn. Nicht die rechte, Toilette. Nicht die rechte. Nicht die rechte? Nicht die rechte. Okay. Mittlere? Nein! Wieso folgt der mir ins Klo? Ja, oder? Voll komisch. Oh, okay. Ich bin wieder hier am Anfang. Er hat mich noch nicht gesehen. War es die mittlere? War es die mittlere? Weiß ich nicht, weil er hat mich festgehalten, bevor ich das Klo runterhüpfen konnte. Okay. Es ist die mittlere. Dahinter ist ein Gang, Ronja. Du musst zur mittleren. Okay, danke schön für den Tipp. Ich bin hier quasi bei der mittleren. Ah, stimmt. Da kann man hoch. Okay, perfekt. Ich bin auch gleich da. Erstmal in Sicherheit und dann laufe ich jetzt hier weiter. Warte auf mich! Bis zum nächsten Hindernis-Parcours. Ich warte auf dich. Ich bin da. Ah, da bist du. Hallo, in der Richtung. Oh mein Gott. Nein! Ballsport! Ballsport. Okay, gegen das Ding treffen. Bam! Und? Fast. Hast du dagegen schon getroffen? Yes! Ich habe drüber geworfen. Ich bin einfach zu stark. Ich kann meine Kraft nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist das Problem hier. Okay. Kein Ding. Yay! Okay, okay. Ich komme hier durch. Ich habe keine Ahnung, ob das wieder resetet. Deswegen beeile ich mich mal lieber. Perfekt, beeil dich. Hoch, 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 hoch. Da ist noch so ein Marker an. Nein, das ist der gleiche. Und dann hüpfen wir hier auf den großen Ventilator. Pass auf, da sind Laser. Oh mein Gott, da sind Laser. Okay, links. Warum tut der Laser? Man weiß es nicht. Die haben hier wirklich ein ausgefuchstes System in der Schule, dass wirklich kein Schüler jemals rauskommt. Was? In der Tat. Meine Schule hatte keine Laser. Isi, hatte deine Schule Laser? Meine Schule hat immer noch Laser. Scheinbar meine auch, äh, links, rechts. Nein, runter. Runter. Okay. Uh! Äh, weg vom Ventilator. Und noch weiter runter. Au! Oh mein Gott! Und wieder weg vom Ventilator. Ich hasse diese Roblox-Schule. Sie will mich wirklich hier nicht rauslassen. Okay. Warte, hier. Oder? Warte, hier ist die Cafeteria. Nee. Hier ist... Napp den Energy Drink. Uh, lecker. Einmal bitte Energy. Oh yeah. Oh mein Gott! Und schnell wieder Wind. Nein, ich bin nicht gesprungen! Ich bin... Scheinbar der schlechteste Energy Drink-Springer der Welt. Ey, das ist aber auch echt schwer. Ja, gell? Man kann mit der Geschwindigkeit gar nichts kontrollieren. Ich bin am Ende. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, ich hab's geschafft. Nice. Okay, hier geht's weiter. Oh mein Gott, ist das... Das ist wirklich anstrengend. Okay, jetzt hier der letzte Sprung. Und runter. Und... Oh mein Gott, nein, es geht noch viel weiter. Ich dachte, ich wäre schon durch. Es geht noch viel, viel weiter, Ronja. Ich hab mich schon gefreut. Ich hab gedacht, es ist endlich vorbei. Aber war es nicht. Okay, hier. Hoch. Hauptthalle! Ich hab's geschafft! Und... Juh, ich stinke, glaube ich. Ich hab grün gedampft. Äh, ich glaube, das war der Ende. Nein! Ich glaube, das war der Ende des Sprung, Ronja. Das ist Mr. Pecker. Komm mir nicht durch. Das ist Mr. Pecker. Nein! Ähm. Wir müssen mit ihm rennen fahren. Oh, okay. Okay. Ich schätze, es gibt keinen Weg drumrum. Die Ampel wird... Rot. Oh mein Gott! Rot und grün! Oh mein Gott, du hast bei mir gar kein Auto. Du sitzt einfach da und fährst mit. Oh, über den Speed-Up. Okay. Muss ich Mr. Pecker einholen? Ist das das Ding hier? Ja, scheinbar. Und durch die Tür... Oh mein Gott, was für eine coole Rennstrecke. Honestly? Yeah! Das ist voll nice, oder? Das ist actually keine schlechte Schule. Ich bin doch zufrieden. Meine hatte das nicht. Okay. Rennstrecke hoch und um die Seite. Okay. Warst du mal Go-Kart fahren? Äh, nee, doch nie. Und du? Nee, ich auch nicht. Ich hatte irgendwie nie die Möglichkeit. Aber es sah immer funny aus. Okay. Ich hab's geschafft. Okay, 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 okay. Ich bin Erster. Ich bin hier durchgekommen. Was? Wie? Ich weiß auch nicht. Ich hab's hier... Ich hab's irgendwie hingekriegt. Ähm. Jetzt muss ich hier die Regenrinne hochklettern, nehme ich hier an. Um dann hier weiter zu entkommen. Und am Ziel! Ich bin da, Ronja. Okay. Äh, ich bin hier durch den Schacht runtergehüpft. Äh, durch den Haupteingang. Bist du da? Yay! Okay, okay, okay. Dann, äh, weiter geht's. Nicht, dass er uns noch einholt. Okay. Oh mein Gott, da sind so Spikies unten drunter. Das hat's besser gemacht, auf jeden Fall. Ich freu mich richtig. Aha. Nicht nach unten schauen. Und weiter. Hier. Oh, ist richtig stressig. Okay, ich glaube, wir haben's fast geschafft. Nein, da ist noch ein Mr. Pickle. Jetzt ist er hier mit einem weirden... Was ist denn das überhaupt für eine Apparatur? Ist das halt wieder ein Segway? Aber er hat irgendwas hinten drauf gebaut. Ich sehe ihn. Okay, der wird jetzt angreifen. Ich glaube, wir müssen ihn umbringen. Was? Ja, ich glaube, es geht nicht anders. Oh, oh, oh. Du musst auf die Seiten zielen. Okay, okay, auf die Seiten. Ja. Auf diese Turbinen? Ja, auf die Turbinen. Oh, oh. Ah! Der Lernotron 3000. Na, super. Ich will vielleicht nichts lernen. Ich möchte vielleicht hier aus der Schule abhauen. Wie wär's damit? Au! Boah, der hat direkt auf mich gezielt. Der ist richtig wütend. Ähm, okay. Bring ihn um, Bräum, ja! Ich versuche mein Bestes. Er ist fast tot. Okay, jetzt zur Seite. Und zwei, drei Schüsse noch. Ich hab's geschafft. Okay, okay, okay. Er explodiert. Ähm. Yes! Okay, let's go. Wir sind frei, oder? Wir haben's geschafft. Da ist der Hauptdoss. Geil, Herr Mr. Pickles, Besicht. Da war's, die Schulboss. Da können wir raus. Ah. Ha. Und einmal einsteigen. Hier ist die Tür auf. Oh, ich schieße noch. Oh, nach Hause geh. Oh, nach Hause, endlich. Was für ein Schultag, ha? Alles klar. Dann sind wir hiermit erfolgreich aus der Schule ausgebrochen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns entweder bei mir oder bei Izzy im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao. 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 fell неб Untertitelung. BR 2018